Willkommen zum zweiten digitalen Community-Buch-Eintrag. Diesmal ist er von Starship Chronicles oder Starship Returns. Ich sage einfach nur, wie immer, Film ab! Hallo, mein Name ist Starship Chronicles oder auch Starship Returns. Und das ist mein Video für das digitale Community-Buch von Dr. Saftladen. Zwar kommen wir dann gleich mal zur ersten Frage, wie heiße ich auf YouTube? Und da ist mein Name Starship Chronicles, sonst heiße ich eigentlich überall Starship Returns. Was sind meine Hobbys? Das sind Zocken, 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 Zocken und Sport. Was mag ich? Das sind natürlich Videospiele. Und da im Allgemeinen Shooter und vor allem Multiplayer-Shooter. Was mag ich nicht? Das ist ausgerechnet ein Multiplayer-Shooter. Und zwar ist das Call of Duty. Also nicht die alten Teile und auch World at War fand ich ganz gut. Jedoch halte ich die neuen Teile einfach für nicht mehr der Zeit angemessen und ich mag das Gameplay einfach nicht so gern. Was ist mein Lieblingsspiel? Das ist eindeutig Battlefield 3 und ich hoffe es wird zwar von Battlefield 4 abgelöst, weil das Spiel einfach super aussieht und ich hoffe es wird einfach Battlefield 3, was noch ein bisschen schöner aussieht und ein paar Verbesserungen. Wie und warum bin ich auf YouTube gekommen? Und zwar war das mit 10 Jahren etwa. Da habe ich angefangen mir halt manchmal Musikvideos anzugucken oder irgendein witziges Katzenvideo oder sonst was, was damals halt in war. Und dann mit 11, 12 habe ich einen Laptop bekommen und dann habe ich auch angefangen Let's Plays zu gucken. Und über die Let's Plays bin ich dann insgesamt in die Gaming-Szene auf YouTube hineingekommen und gucke inzwischen auch dann Commentaries. Und als YouTuber habe ich jetzt erst ein Video hochgeladen und das war auch nicht wirklich professionell. Also ja, was für Videos mag ich? Das sind hauptsächlich Commentaries. Ich bin ein sehr großer Fan von Commentaries und vor allem da Battlefield 3 Commentaries. Aber ich mag auch Tutorials für Spiele oder andere Sachen, die mich interessieren und die mir auch weiterhelfen. Comedy und so weiter gucke ich auch gern. Manchmal auch Let's Plays. Immer so, worauf ich Lust habe. Wie lang bin ich schon auf YouTube? Das ist dann halt 4 Jahre, seit ich 10 bin. Das ist mein Lieblingsessen. Das ist Schnitzel mit Pommes. Wo würde ich meinen Traumurlaub verbringen wollen? Denn das wäre natürlich auf den digitalen Schlachtfeldern von Wake Island. Und ja, um das zu verstehen, muss man Battlefield 3 spielen. Welche Musikrichtung ich mag? Da gibt es zwei und zwar sind das Metal und Rock. Also ich höre natürlich auch manchmal ein bisschen Dubstep und die aktuellen Charts, aber hauptsächlich diese beiden Musikrichtungen. Was wäre mein Traumjob? Also ich möchte irgendwas mit Informatik machen. Da mich Informatik sehr interessiert und mich das jetzt schon interessiert mit 14. Und deswegen interessiert mich vor allem etwas, was mit Informatik zu tun hat. Was meine Lieblingsfilme sind. Das ist die Star Wars Reihe und die Herr der Ringe Reihe. Da ich diese Spielereien einfach für das Beste halte, was es in Sci-Fi und Fantasy so gibt. Und da Sci-Fi und Fantasy meine Lieblingsfilmgenres sind, passt das halt sehr zusammen. Was ist mein Lieblingskinofilm? Das ist Herr der Ringe 3 und zwar einfach, weil ich Herr der Ringe noch einen Tick besser finde als Star Wars und er einfach der beste Teil von Herr der Ringe ist. Wo sehe ich mich in 15 Jahren? Wahrscheinlich auf den digitalen Schlachtfeldern von Battlefield 11, 12. Mal sehen, wo sie da gerade angekommen sind. Danke fürs Zuhören und viel Glück noch an Herrn Dr. Saftladen. Danke Starship Chronics, dass du mitgemacht hast. Unser Zähler wird jetzt von 1 auf 2 umgeschaltet. Ich bin euer Charlie und ich bin dann für heute mal wieder raus. Bis dann denn.